Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Syndicate Games gegen den lieben Marcel. Hallo. Das ist er. Das bin ich, guten Tag. Haben wir jetzt auch geklärt, ist doch schön, ne? Ist doch schön, wenn man sowas klärt. Ist immer richtig auch. Unter Freunden. Finde ich. Wenn du deinen Platz in der Welt gefunden hast. Direkt mit dir zusammen in Minecraft. Äh, nee, komm. Komm mir ja nicht so, komm mir ja nicht so, ne? Keiner will mit dir befreundet sein. Du hast heute wieder deinen sympathischen Tag, oder? Ich bin immer sympathisch. Ja. Ich bin einer der Nettesten zu dir. Also musst du mir aber zugeben, ne? Halt, stopp. Dann würde ich mich wahrscheinlich, wenn du die netteste Person bist, würde ich mich irgendwann umbringen. Das ist ja jetzt nicht nett, ne? Verletzt meine Gefühle. Marcel. Ach, schön, dass ich auf deine Gefühle richtig kommen darf. Aber alles rum. Du darfst nicht auf meine Gefühle Rücksicht nehmen, du musst. Ich bin eine Frau. Ach so. Ja, okay, manchmal vergisst man das auch. Oh, okay, Bitch, was soll ich mir jetzt sagen? Nichts, nichts, was du in liebst. Ja, raus. Sag's einfach. Woraus, ich bin nicht. Raus mit der Sprache, meinte ich damit. Sag's einfach. Hau's raus. Oh, heute, wie viel Schnee heute einfach liegt. Wir haben keinen Schnee. Wirst du jetzt ablenken? Wirst du jetzt ablenken? Bei uns liegen bestimmt 20 Zentimeter. Er möchte jetzt einfach ablenken. Merkt man das? Merkt man das? Man merkt das ablenken. Ablenken? Ich verstehe gar nicht, worauf du überhaupt redest, Dani. Ich töte dich, wenn ich dich sehe. Warum machst du sowas? Weil du scheiße bist. Aus mich leide ich ganz tief in meinen Herzen. Hab ich nicht. Mein klein Dani-Herz. So klein ist das jetzt nicht. Stimmt. Es ist bestimmt 20 Zentimeter groß. Siehst du mich schon? Nein, du siehst mich noch nicht. Ich seh dich. Sag sowas nicht. Hör auf. Geh weg. Ich bin hinter dir. Kannst du gar nicht. Stimmt, ich bin auch vor hier. Was, wo bist du? Im Zelt. Ich auch. Zum Glück, jetzt kannst du kommen. Ich hab ein Schwert. Ich hab drei. Ich hab Fein und Bogen. Ja, hab ich auch. Ich hab ne Eisenhose. Jetzt wirst du langsam besser. Langsam? Ich war's schon, bevor du geboren wurdest. Das kann ich mir nicht vorstellen, denn ich bin wesentlich älter als du, Dani. Seht ihr? Gibt zu, dass er alt ist. Ich sag dir, ich bräuchte doch. Zwischen alt und älter ist ein großer Unterschied, Frau Leid. Ja, du sagst es wesentlich älter. Und er sagt Fräulein. Also, wie alt ist er jetzt mindestens, Leute, wenn er Fräulein sagt? So kann man das nicht pauschal sagen. Das geht nicht. Natürlich kenne ich das. Hast du gesehen, dass ich das mache? Wir haben dich doch alle lieb. Wir haben dich alle lieb. Ja, ja, ja. Bis auf Gustav, der mag dich nicht. Wer ist Gustav? Weiß nicht, bestimmt weiß einer meiner Abonnenten, Gustav. Gustav! Warum magst du mich nicht? Gustav, warum magst du ihn nicht? Mensch. Ich hab dir nichts getan, Gustav. Gustav hat halt Geschmack. Ich weiß nicht, was du jetzt teilen soll. Ach, du warst ja auch schon. Ja klar, ich war überall, Babe. Langsam reicht's mir mit ihm. Hau mich doch, hau mich doch. Ja, mach ich nachher auch noch. Wo bist du denn hin? Ähm, sag ich dir doch nicht. Ich versteck mich jetzt vor dir. Gustav sag's mir bestimmt nachher, wo du warst. Gustav, geh erstmal deine Videos wieder disliken. Ach, Gustav, du bist das immer. Was wäre die Welt ohne Hater? Ein schönerer Ort. Wo bist du jetzt, Donny? Ich möchte dich jetzt jagen. Such mich doch. Such mich, such mich, Opa, Opa. Jetzt werde ich schon mit Opa gerufen. Das wird irgendwas schlimm. Ich habe mit meinem Opa immer im Verstecken gespielt, damals, als ich noch klein war. Und mein Opa hat mich immer gesehen, hat immer so getan, als würde er mich nicht sehen, wie das halt Opa so machen. Und dann habe ich ihn immer gesucht und er war immer gleich im Versteck. Okay. Ey. Das war nicht nett, das weißt du schon, ne? Aber es war clever. Es war nicht nett. Es war einfach nur nicht nett. Komm her und lass dich töten. Ertrag es wie eine Frau. Wie Harry Potter war sie plötzlich weg. Komm mit, komm mit. Wir spielen ein Spiel, Opa. Hast du mich jetzt gerade Opa genannt? Wieder mal? Ja, warst du gegen, Opi? Ich weiß, was du vorhast, Donny. Komm her. Komm her. Oh nein, er warst du vorhast. Nein! Dann würde ich sagen, ich schneide jetzt nicht. Okay. Weil ich wieder zu faul bin. Ich schneide jetzt in letzter Zeit gar nicht mehr, weil ich einfach zu faul bin dafür. Und weil es ja eh alles vorproduziert ist momentan. Sorry, Leute. Und wir sehen uns in Hub, in Hub, in welchen Hub gehen wir denn im Mäutern? Ich stehe direkt vor dir. Siehst du mein Gäste, mein Chins? Oh Gott. Es ist ekelhaft. Es ist so hässlich. Gehen Sie weg. Geht übrigens eins zu nur für mich. Ja, challenge mich. So, ich soll dich jetzt. Ja, okay. Ja, mach schon. Komm schon, Baby. Tu's einfach. Ja, hab ich, hab ich. Alles gut, alles gut. Los geht's. Wo bin ich? Weiß ich nicht. Ich wollte mal vorschlagen auf der anderen Seite. Was mache ich da? Äh, sterben. So schnell. Oha, ich habe gute Sachen gefunden. Ich auch. Ich habe gleich ein Diamantswert. Das geht nicht. Was denkst du denn? Ein Stick und zwei, äh, Dias. Guten Tag, mein Name ist Dani. Ich lüge gerne. Ich lüge nicht. Ich bin davon überzeugt, dass ich die Wahrheit sage. Ja. Stimmt, dann ist es ja nicht lügen. Stimmt, siehst du. So, aber bei mir läuft das gar nicht so schlecht. Ich habe schon ein Schwert. Lüge. Hast du nicht. Doch. Nein. Oh oh. Was denn? Ich bin runtergefallen. Ach, bist du scheiße. Und jetzt bin ich tot. Ja klar. Ich wäre einmal gern auf deiner Seite, weißt du das eigentlich? Oh. Meine Seite ist so unangenehm. Vielleicht liegt es daran, dass du da bist. Ha ha ha, ich meine die Enderperlen zu beschaffen ist so unangenehm. Ja, ich habe bei mir gar keine gefunden. Da gibt es Enderperlen. Bist du bescheuert? Du lügst, oder? Nein. Jetzt gehe ich zu deiner Seite und hole deine Enderperlen und dann bist du wahrscheinlich nicht da. Also es ist keine mehr da. Wetten? Nee, ich habe wirklich keine rausgenommen. Ich weiß gar nicht, wo die sind. Wo sind die? Die sind aber nicht da oben drin. Ich war doch im oberen Stockwerk. Na klar sind die da. Du lügst mich an. Du willst mich jetzt nur töten, Junge. Bin da nicht. Du lügst mich nicht an. Du bist wirklich so top. Guck, ich wusste wirklich nicht, wo die da sind. Ich kenne die da nicht. Oh, warum bist du so schlecht? Die hat mir nie jemand gezeigt. Die musst du selbst finden. Wo wichtig sind die auch. Aber du weißt, du kommst zu den dritten Enderperlen nicht, ne? Ohne Enderperlen. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich alle Enderperlen damit gleich. Da 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 da. Das ist aber überhaupt nicht wichtig. Hauptsache ich habe meine weißen Scherz. Habe ich auch. Ich dachte Diamanten. Kannst du dich mal festlegen auf eins? Ich habe beides. Ich weiß, ich habe eine Frage an dich, ne? Oh, oh. Wenn die Sätze so anfangen. Du schaust doch bestimmt meine Videos, ne? Gelegentlich. Warum weißt du dann nicht, wo die Kisten sind? Weil ich diese Videos nie anschaue von dir. Weil ich Syndicate ja in- und auswendig kenne. Außer die Kisten. Ja, die sind ja auch nicht so wichtig. Ich weiß übrigens, dass du auf dem Schiff sein musst. Ja. Da habe ich jetzt wohl ein Problem. Geht lohnt. Bist du schon wieder runter? Weiß niemand. Oh, warte, ich lecke. Nicht töten, ich lecke. Es ist unfähig, jemanden zu töten, der leckt. Nein, nein. Da ergeben sich jetzt schöne Würde im Kopf. Oh, nein. Nein, 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 nein. Verdammt, ich bin tot. Du kannst gar nicht sterben, du Ichi. Ja, du fühlst, was ich meine. Das ist einfach nur scheiße, aber noch nicht tot. Sag sowas nicht schon wieder. Ich kann sagen, was ich will. Ja, aber irgendwann zeige ich dich an. Wegen Beleidigung? Ja, genau. Dann zeige ich ihnen das Video, dann sagen sie wahrscheinlich auch, dass du scheiße bist. Ich sehe dich. Nein, siehst du nicht? Klar sehe ich dich. Rony! Du kannst mich nicht sehen. Natürlich sehe ich dich. Hört sie auf, mich zu sehen. Gehen sie weg. Nein! Okay. Ist mir wieder runtergefallen? Ich dachte, ich sollte weggehen. Mensch, da will ich einmal weggehen, dann müssen wir suchen. Eine entscheidende Runde. Die entscheidende Runde. Die entscheidende Runde wird entscheiden. Ja, wo bist du? Wo bist du? Ich habe hier noch Marzipan hinter dir, du hässlicher. Ja, habe ich in meinem Hinterkopf auch? Ja, ich mache. Ich mache. Ich habe hier noch Marzipan, das esse ich gleich. Oh, Marzipan, das habe ich jetzt noch nicht einmal über Weihnachten gegessen. Und ich liebe Marzipan. Ja, sorry, Babe. Ne? So, oh nein. Oh, doch. Dann komme ich auch an der falschen Stelle raus. Oh nein. Das ist doch deine Lieblingsstelle, da bist du doch immer. Jetzt verliere ich. Ich hoffe es. Ich wünsche es dir so sehr. Wie unglaublich sympathisch die Dani einfach ist. Ich weiß, ich bin geil. Das sagte ich nicht. Oh, oh Bitch. Was willst du? Was willst du? Willst du dich mir mal anlegen? Willst du dich mir mal 10.600 Abonnenten anlegen? Da, 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 da. Sie ist natürlich auch überhaupt nicht arrogant. Nein. Nein, sie ist durchweg sympathisch. Wie heißt deine Armee nochmal? Cookie Armee, oder wie? Nein, das sind meine Krüme. Deine, ach, Krüme. Meine Keksarmee. Ja, ich habe auch ein bisschen Angst davor. Also wirklich. Oh, meine Keks. Jetzt bitte nicht mich angreifen oder persönlich beleidigen, wie... Wie Dani das macht? Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Bitte, 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 warte, bitte, warte. Nein, ich sehe dich nicht mehr, wo bist du? Bitte, 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 warte, bitte, 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 warte einen Moment, bitte. Wo bist du hin? Ich sehe dich nicht mehr. Bitte warte, du lügst. Du lügst, bitte, warte. Nein, bitte, warte. Bitte, 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 warte. Ach, verdammt, wo bist du hin? Nein, bitte warte wirklich. Nein. Warte einmal. Hier geht es darum, andere zu töten. Warum soll ich warten? Weil ich noch nie so etwas Cooles hatte. Du hast jetzt gleich ein Diamantschwert, dann tötest du mich damit. Nein. 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 Ich wollte dich nicht töten, ich verspreche es Ihnen. Ich habe auch kein Diamantschwert. Willst du mich nicht töten? Ich wollte dich töten, aber ich habe kein Diamantschwert. Warum warst du hier überall schon? Weil ich geil bin. Nein. Das haben wir doch schon besprochen. Das ist eine Lügnerin. Bin ich nicht? Das haben wir doch auch schon besprochen. Ich bin überzeugt davon, dass ich die Wahrheit sage. Ich habe so eine Angst. Mein Herz. Ja, verzauber noch schön. Nein, oh mein Gott. Ich bin nicht kaputt. Hör doch, lass dich auf. Lass es in mich in Ruhe. Ich hatte noch nie etwas Geiles. Verdammt. Was hast du denn jetzt schon wieder? Oh, Marcelli. Das ist nicht nett. Ja, ich habe noch einmal. Miss Halli. Okay, ich lasse dich laufen. Glaub dir, kein Stück. Red dich um. Komm her, komm her. Jetzt komm her. Ich habe dich schon zu essen. Nein. 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 Ja, ich habe gewonnen. Oh nein, hatte ich gegessen, hatte ich mich regenerieren können. Ich hatte ein Eis. Ich hätte es noch verzaubern müssen. Wollte ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis.